Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kanal und herzlich willkommen zum Western gegen die Polizisten André und Odoman. Hände hoch, schau dich. Ich bin Polizei, sie ist. Schaut das Video bis zum Schluss, lasst einen Like, dann schickt die Jungs ab und viel Spaß beim Video. Meine Damen und meine Damen. Officer Odoman, wir haben ja einen Dieb. Officer, wir haben einen Dieb, nein, more more, watch, emergency. Okay. Wir sind in einer Goldmine drin. Wir haben uns direkt auf unser Perk ausgesucht. Ich schieß auf den ersten, den ich sehe. Okay. Oha, schade von dir. Ich schieße auf Odoman. Ich weiß halt nicht mal, wie man so eine Fähigkeit einsetzt, weil es gab ja immer eine, die man so hatte, weißt du? Weiß nicht, ich habe alles vergessen in dem Spiel. Hallo, Test 1, 1, 1, 2. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg, um die erste Test zu machen. Warum liegt da eine Dose? Okay, läuft ganz gut bisher. Das war's. Wir haben die erste Test zu fertig. Lass uns zur nächsten gehen. Er hat Poseboard gemacht. Okay. Ja, ich weiß, wer Kalle ist. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Er hat sein Hintergrund. Ach, komm, Digger. Der beste Bandit der Welt. Plötzlich kommt Cutscene am Ende, so mit Filmintro. Weißt du, was dein Fehler war, Kalle? Was? Du bist im Kreis gelaufen. Also, du bist einmal so ein Bogen gelaufen. Ja, weil ich gleichzeitig gelaufen bin und mich gedreht habe. Aber egal, Leute, die Runde ignorieren wir einfach, wir gehen in die nächste Runde und diesmal versuchen, die anderen den Dings zu werden. Okay, Leute. Erste Runde haben wir verkackt. Wir müssen ihn finden. Guck mal, wir haben schon einen eingebucht. Da siehst du ihn. Bitte lass mich hier raus, ich habe Frau und Kinder. Ich seh's. Ja, 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 ja. Dann werden andere zerstört. Ich mache alles kaputt. Okay. Wie aktiviert man seine Fähigkeit? Ich weiß es nicht. Aber man hat eine, das weiß ich. Hallo, I'm under the water. Please help. Oh mein Gott, André. Please help. Er ist einfach so ein Wasserbottich, Digga. Ja, das bin ich. Weißt du das? Digga, er hat schon dringend was gemacht. Nein, man kann Sachen aufsammeln. Bombe platziert. Er hat Bombe gemacht. Hier hinten, hier hinten. Er ist er. Er ist er. Digga, niemals. Er ist er. Digga, der slide hier auch durch die Welt. Ja, 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 I see you. Face, Face. Okay. Bitte nicht zielen. Ich habe einen Döner am Rucksack. Wir müssen aufpassen, Leute. Wir haben gar keinen Plan, wer... H, W, C, alle. Ja, 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 ja. Bitte nicht zielen. Ich habe einen Rucksack. Ich habe einen Döner. Okay. Idee, wer wer ist. Digga, Oseman, hast du das Gameheim nicht auf ESL-Niveau gespielt, während wir weg waren, oder wie? Digga. Videos, Tutorials angekommen. Ist so. Ich glaube, André ist ein General. Hier liegt da eine Döse. Oh, ein General. Yo. Oh, mein Meister, André. André. Irgendeine Task gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, gesagt. Was? Laber nicht. Er hat die Luft bewässert. Oh mein Gott. Hör mal den Brief ab, bitte. Warte, ich hole den Brief, warte. Verfolg ihn, verfolg ihn. Er kippt Wasser in die Luft. Kippt Wasser in die Luft? Wieso habe ich Wasser in die Luft gekippt? Da war ein Brunnen. Ich habe den Brunnen gegossen. Bei mir warst du so ein halbes Meter davon entfernt und kippst uns einfach so in die Luft. Wow. Super Game. Digga, also das ist echt feindlich, Digga. Hä? Also vom Spiel, nicht von dir. Also, vor allem, nein, 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 ich musste ja einen Brunnen gießen. Ich musste einen Brunnen gießen. Ich mache das und denke mir so, okay, jetzt kann ich nicht mehr zurück, aber warum sollte ich einen Brunnen gießen, verdammt. Mach mir nur lo- Oh, du Mann, das war dummer, die Füße. Okay, André. Yeah. Ich bin jetzt ein- Wir spielen jetzt gegen ESL und mal ein Piqué. Ich weiß, wer ist. Wer ist er denn? Du. Oha, verdammt. Ich bin's, Jungs. Okay. André. Yeah. Hast du schon einen Verdacht? Yeah. Fails. Eine von den drei hier vor uns. Digga, wenn das jetzt wirklich stimmt, dann, Bro, dann kann ich das Zeug nicht spielen. Ihr seid einfach so zu drehen. Er hat fast... Well, water. Er hat den Brunnen gegossen. Ja, Mann. Ich hab einen Brunnen gebrunnt. Okay, das heißt, ich bin Bruno, Mann. Er ist irgendwo hier im Bereich. Aber wer? Ah, ja. Das ist eine gute Frage. Ich kann auch ein Gestaltenwandler sein. Stimmt. Es gibt den... Ich kann auch ein Wandler sein. Odoman? Ja? Wie war das nochmal mit dem Kreislaufen? Ähm... Ihr kriegt mich niemand, ihr Schweine! Äh... Äh... Hm... Hä, das kann nicht Odoman sein, der ist... Oder? Nein, Digga. Schwieriger, ne. Ist er nicht. Digga. Okay. Wir warten auf die nächste Task. Da ist eine Dose, was die wohl macht. Rask. Flask. Niesst du die auch? Ja. Da ist eine Soße, was die wohl macht. Ich hab sie aufgesoßt. Ich auch. Ah. Jetzt hab ich eine Dose mehr. Okay, es kommen keine Tasks mehr rein. Tasks. Aber ich bin so gut, Jux. Digga, es kam nichts mehr rein, aber du bist voll gut, Bro. Ich schwör sogar. Ich bin gut, ich bin gut. Vertrau. Okay, ich vertrauen. Vertrie, vertru. Vertrut. Digga. No, Jungs! Das wird eklig für euch. Ich sag euch, wie es ist. Ja, ja. Dann zeig mal, was du drauf hast. Dann mach mal eine Task. Wask. Wask. Hast du überhaupt noch eine gemacht jetzt? Zwischen? Ja, hab ich eine gemacht. Guck doch in dein Postfach. Ja, wir kriegen keinen Post. Wir haben keinen Post. Ah, ich hab Post! Du bist ein bisschen verzögert immer. Du bist ein bisschen verzögert immer. Okay, ich hab eine Task. Medizin. Er ist immer noch da unten. Medizin. Das ist die Olle, die wir vorher angezielt haben, glaube ich. Echt? Woher willst du das wissen? Ist sie wieder da unten bei Medizin gewesen in der Nähe? Vielleicht bin ich ein Teleporter oder ein Gestaltengestalter. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich ein Mediengestalter. Oh mein Gott. Machst du auch so Tabellen und sowas? Immer. Echt kein Plan, wer ich bin, ne? Nö. Du hast doch erst zwei Tasks gemacht. Er dachte, wir haben gar keinen Plan, wer er ist, so. Hä? Wir haben nicht mal einen geschafft. Also was redest du? Ich hab eine geschafft, aber wurde dabei ins nicht gepackt. Ne, ich auch. Wie geht's euch, Jungs? Wie geht's? Wie geht's? Schuhschnecke. Schuhschnecke. Ich hab die Dings, die Frau, die ganze Zeit beobachtet. Also ich denk nicht, dass die das ist. Schuhschnecke. Schuhschnecke. Bananen. Bananen. Ach, Barman. Barman, Junge. Bananen, Mann. Bananen, Mann. André? Yes. Es wird langsam schwierig. Ich hab keinen Verdacht. Ich schon. Was glaubst du? Wer ist es? Oder man ist einer mit einem Hut. Oh, wer könnte das denn sein, Digga? Wird schießen. Spieß. Spieß. Hab leider daneben geschossen. Er lässt sich halt auch gut Zeit. Ja, er ist nicht dumm. Ja, ESL hier, Jungs. Was wollt ihr? You spin me right round, baby. Right round. Hä? Ich hab mich im Kreis dritten, aber gesungen. War voll lustig. Aber irgendwie bis... Oh, Task, Task, Task. Willst du schnell da sind? Wenn ich schnell da. Unten bei dir. Er ist immer noch da unten im Bereich. Das heißt, wir müssen gucken, wer sich sehr lange aufhalten hat. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oder man hat Flüchtungsmodus. Er ist diese hier. Glaubst du? Ja. Beantwortet euch eine Frage richtig, okay? Ja. Okay. Ja? Ja, soll ich dir einfach eine Frage beantworten? Richtig, ohne dass du mir eine Frage stellst, ey? Ja. Ja. Bist du nur ein Froh, dein Mann? Ich bin ein Mann. Ist die Frage richtig beantwortet? Bist du auch die ganze Zeit der Froh hinterher gelaufen? Ja. Ja, ich auch. Er lügt einfach, schade. Ich bin ein Mann. Also im Spiel. Ich bin im Spiel auch ein Mann. Auch. Digga, er macht gar keinen. Oder man hat einen Hut. Okay, oder man hat einen Hut. Er ist ein Mann. Ich muss schießen, es tut mir leid. Du, das ist ja der richtige. Nice. Ich bin abgekeilt, das war er nicht. Okay, Kalle. Ich bin allein. Okay, wir setzen mal richtig hin, Leute. Wir müssen uns jetzt richtig konzentrahieren. Und ich muss in Odumans Kopf rein. Konzentrahiert, ich meine. Er hat eine Rauchbombe gezündet. Oh, oh. Er hat eine Rauchbombe gezündet. Das war dumm. Ich hab Zeit, Digga. Huh! Bester Detective der Welt. Ich hab nix gemacht. Okay. Ich hatte so einen Poncho, Digga. Ich war wild am Start, aber... Ich hab so irgendwo angeschossen. Also genau so einen. Echt? Ja. Leute, wir gehen die nächste Runde rein. Ich mach den Bösen wieder nochmal, weil ich bin böse. Bad Boy. Und diesmal länger als eine Sekunde. Wie konnte man die Fähigkeit einsetzen, Odumans? Das hast du ja rausgefunden. Shift. Mit Shift, okay. Boah, wenn du Shapeshifter bist, drückst du Shift, um zu shapeshiften. Boah, Digga Gänsehaus, Bro. Wirklich. Hast er nicht gesagt. Hast er nicht gesagt. Hast er nicht. Hast er nicht. Hast er. Hast er. Hast er. Oh mein Gott. Einfach der Shapeshifter. Aber Odumans, du hast das letzte Mal echt gut gespielt. Musst du dir lassen. Alles. So. Aber er hat keine Chance gegen den richtigen Bösewicht. Nein. Guck. Task, André. Er verfolgt die Person. Ich habe schon gewonnen. Ich gucke Task. Ich gucke, gucke, gucke. Warte. Verfolgt die Person. Post-Auflehrung gespielt. Okay. Das ist eklig. Digga. Ich bin dir ehrlich. Er ist immer noch da drin. Das ist eklig. Mach, ich mach. Hm. Er ist immer noch da drin. Umsingle das. Ich umsingle das. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Oh no. Ja, guck dich mal ein bisschen um. Man sieht euch ja durch die Wände durch als Bösewicht. Ich weiß. Ja, auf der Minikarte. Ich sehe, wie ihr um das Haus rum tanzt. Hm. Aber das siehst du auch nur, weil du in der Nähe bist. Sonst würdest du es nicht sehen. Und warum nur, wenn ich in der Nähe bin? Weil du, wenn du oben wärst, und es nicht sehen würdest. Hm. Hm. Okay. Wilde Theory. Hm. Ich mach, ich mach. Oder mal bleib hier. Okay. Er ist schon weg. Er ist schon weg. 100%. Er ist da weiter. War ein großer Fehler da zu sein. Ich sag's dir, wie es ist. Das war ein sehr großer Fehler, Kalle. Weil. Nein, nein. Nicht er. Nicht er. Er macht gerade Alibi. Hier, Bombe platzieren und so. Digga. Das wär hart. Okay. Hm. Wir chillen. Wir haben Zeit. Wir chillen. Wir chillen. Er wird jetzt hier rechts was machen. Digga. Das wär hart. Bin ich dir ehrlich. Das war er nicht, André. Bandit hat eine Bombe platziert. Doch, er war es. Laufgebe. Er war es, der Rote. Da, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß ganz genau, wer er ist. Oh mein Gott. Ich bin so gut in dem Spiel, Digga. Ich weiß nicht, wieso. Kalle, du brauchst da jetzt nicht reingehen bei der schlafenden Frau. André, umzingle das Haus. Geh von hinten rein. Kein Problem. Geh hinten rein. Geh hinten rein. Kuck, kuck, kuck. Er ist an der Munition. Sagst du mit dem beigen oder was auch braunen? Mit dem roten. Hier. Er ist gefangen, Bro. Er kann nirgendwo hin. Nein, sie bleiben stehen. Hallo, sie bleiben jetzt stehen. Innocent. Er hat es danach gemacht. Er hat es danach gemacht, André. Alles gut. Du musst mir helfen. Ich helfe dir. Oh, geil, Digga. Ich glaub an dich, Odomann. Warte, ich muss kurz gucken. War klar, dass da jetzt eine Aufgabe ist, die acht Kilometer weit weg ist. Nochmal eine. Digga. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Digga. Danke ich dir, wie es ist. Munition gestohlen. Hä, das ist genau die gleiche Aufgabe. Schwierig angelangert. Willst du einen Tipp haben, Odomann? Wenn ja, stell eine Frage und ich geb dir eine Antwort. Sach. Bist du männlich oder weiblich? Ich bin männlich. Okay. Oh mein Gott, das ist ein Tarity-Level geht hoch. Mhm. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber das geht hoch. Wirst du ihn wieder ein bisschen runterbringen, ne? Kalle. Ja. Wie geht's dir? Was ist los? Ich hab dich ja kurz nicht verstanden, weil die Tarz zu laut war. Ja, ja, ja. Er ist ganz komisch gemoved, Bro. Er hat gepanikt. Der ist safe, ich bin hier panikt, Digga. Ganz komisch gemoved, Bro. Er hat abgebrochen. Warte mal, Mann. Schwer. Boah, ist das ne Müllfähigkeit, Digga. Bist du gestalten, Mann? Das wär unfair. Nee, nee, nee. Oder vielleicht doch? Wer weiß das schon? Du musst hier oben Sachen machen, Bro. Ja. Digga. Guck mal, er ist es, Digga. Das ist er, Bro. 100%. 100% das ist Kalle. Würde ich auch denken. Guck. Er macht irgendwas. Ja. Teleportieren. Wir haben nur den Falschen gedroht. Ich hätte einfach schießen sollen. Ich hab ihn gesehen, alles gut. Halle. Ja. Wild, dass dein Teleport nicht funktioniert hat, ne? Wildes TP. Digga, warum funktioniert das nicht? Ah. Niemals. Nein, er hat mich. Nein. In dein Gesicht, Junge, du kleiner Pisser. Ich wusste genau, dass du am Brunnen warst, Junge. Ey, no joke. Ich dachte, TP wäre wenigstens so. Ich lade das auf. Kann mir was auf der Map aussuchen. Aber einfach so. Meter nach vorne. Bin nochmal schlecht, Digga. Digga. Ich bin euch ehrlich, Leute. Ich würde sagen, macht ihr beiden nochmal gefährlichen. Also Bösewicht und ich mach Sheriff. Und dann sind wir durch. Okay? Ihr Kalle, bist du bereit, aufs Maul zu kriegen? Yes. Ich bin der Sheriff. Andre, wir müssen zwei verschiedene nehmen. Mhm. Was nimmst du? Sei ehrlich. Sag nicht. Ich nehme einfach, was ich denke. Okay? Ich weiß es. Ich weiß, was du genommen hast. Ich weiß auch, was der genommen hat. Ich nehme was Gutes dazu. Okay. Wir gehen direkt auf Full Action. Wir suchen uns die Bösen raus und machen die Bösen platt. Hören dir. Ist so. Aber ich sag, du wirst es ganz schnell verlieren. Ja. Glaubst du? Sehr schnell, ja. Ich kann halt nicht hingehen und sofort auf jemanden schießen. Weil wenn ich das mache, bin ich raus. Yeah. Direkt die erste Task. Wie geil ist das direkt die erste Task? Und es ist... Brunnen. Okay. Es ist Brunnen. Dann wird die Person in der Nähe sein. Die wird da lang gelaufen. Das heißt, sie ist... Ah, okay. Ich habe einen Verdacht. Mhm. Mhm. Nächste Task. Digga, okay. Sorry, dass ich die plötzlich rusht. Leute. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu eklig. Das ist der andere. Auf den fokussieren wir uns später. Wir müssen uns erst mal den einen konzentrieren. Ja, der wird da auseinander genehmt. Genimmt. Okay, wenn jetzt jetzt die Task ist, die ich denke, habe ich direkt den ersten schon. Okay. Ist es nicht. Oh mein Gott, ist es nicht. Fuck. Okay, piek. Digga. Ich bin auch nochmal am Arsch. Uff. Boah, ich hatte halt einen Verdacht gehabt, aber... Okay. Okay. Entspannt euch. Du wolltest es. Du wolltest es. Du kriegst es. Okay. 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 Ich weiß, ihr seid beide hier in der Nähe. Erwischt. Hä? Man dreht sich nicht auf. Du hast verloren, du Affe. Wie? Oh no. Ich dachte, weil der Katze kam. Wir waren beide Indianerfrauen, Digga. Ja, Mann. Mann. Leute. Schreibt mir rein, ob ihr es besser gemacht hättet. Denn das war es für den Video. Checkt die Jungs ab. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao.